Weiter geht es mit der mittlerweile schon fünften Episode hier beim Let's Play mit Sid Meier Starships. Herzlich willkommen bei diesem Preview Let's Play. Fünfte Episode, wo ich das weiß, ich habe mitgezählt. Ich habe ja Gott sei Dank zwei Hände. Das heißt, wir können jetzt 10 Missionen insgesamt spielen, dann ist das Let's Play leider zu Ende. Nein, das war natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint, dass ich an den Fingern gezählt hätte. Ich habe einfach links oben auf die Episoden, auf den Episodenzähler geguckt. Die Palatin Illusion heißt diese Mission hier auf Lyra 90 mit Tarnstaffeln haben wir jetzt zu tun, die ein gefährliches Schiff des Gegners eskortieren. Killer Bot sollen da drauf sein. Also dieses Transportschiff, das müssen wir vernichten. Das soll einen bestimmten Außenposten nicht erreichen dürfen. Dann haben wir gewonnen. Mal gucken, ob das klappt, ob wir der Bevölkerung hier auf Lyra 90 helfen können. Wie sieht es denn hier aus auf Lyra 90? Aha, alle Energiewaffen werden blockiert durch stark reflektierende Asteroidenfelder, was in die Spielmechanik übersetzt nichts anderes heißt, als dass die Asteroidenfelder auf der taktischen Karte unsere Schüsse nicht nur ausbremsen, sondern ganz stoppen. Also wenn Asteroidenfelder zwischen uns und dem Feind sind oder umgekehrt, dann können wir durch die nicht durchschießen. Jetzt bin ich gespannt, wie fit sind denn die feindlichen Schiffe? Ach, das geht doch. Das ist das Transportschiff. Drei Jäger mit unglaublich hohen Tarnwerten. Das heißt, wir müssen wirklich dicht an die Rand fliegen, damit wir die aufgedeckt haben. Wir könnten Sensoren bauen, dann müssten wir nicht ganz so dicht an die Rand fliegen. Dann könnten wir auch so ein bisschen Entfernung, also nicht von ganz weit weg, aber ein bisschen aus mittlerer Entfernung einfach auf den Sensoren-Button klicken, also unseren Aktionspunkt damit ausgeben in dieser Runde. Dann würden wir Sensorstrahlen aussenden und könnten die Schiffe vielleicht entdecken. Das mache ich aber nicht. Wir haben keine Sensoren bei uns an Bord. Ansonsten sind die, das Transportschiff ist sehr, sehr langsam unterwegs. Was wir nicht wissen ist, werden diese drei durchaus kampfstarken und sehr schnellen Tarnjäger, werden in der Nähe dieses Transportschiffs bleiben. Das hat die KI ja bei der früheren Mission gemacht. Oder werden sie wegfliegen und versuchen unter Nutzung ihrer Termtechnologie uns hier eine Falle zu stellen. Wir werden es erleben. Bei 28 Prozent schätzt das Programm unsere Chancen hier, diese Mission zu packen. Nicht allzu optimistisch. Reparieren müssen wir unsere Schiffe natürlich zuerst mal. Das sind die Schäden, die wir beim letzten Kampf haben. 650 Energieressourcen haben wir noch. Wir könnten vielleicht sogar noch mehr Jäger bauen. Zweimal 300 würden wir sogar hinkriegen. Alternative wäre, Panzerung 300, das kriegen wir bei beiden nicht mehr hin. Schilde verbessern, dann würden wir nicht so viele Schaden absorbieren. Das macht natürlich auch Sinn. Die Frage ist, was passiert denn mit den Geschwindigkeitspunkten? Die sind im Augenblick faktisch bei 4. Die dürften nicht drunter sinken. Mal gucken. Jetzt sind wir bei genau 4. Und wenn wir hier draufklicken, war 4,1. Also noch ein Jäger. Oder die Schilde verbessern. Ich werde mal hier einen Jäger dazu holen. Dann könnte er zwei Jäger machen. Und werde auch hier, ich hatte ja schon mal gesagt, es ist gut, das erste Schiff richtig stark auszubauen. Und dann ist das hier richtig lahm. So mache ich das. Und auf geht's. 4 Jäger haben wir jetzt insgesamt im Kampf. Damit müssen wir es doch eigentlich schaffen, dieses Feindschiff zu killen. Also, ihr seht, wie die fliegen. Jetzt seht ihr auch, warum das mit der Tarntechnologie so eine komische Sache ist. Dieser Kreis drumherum, der heißt, je höher der Tarnwert des feindlichen Schiffes ist, desto kleiner ist dieser Kreis. Und das ist der Kreis, in den man reinfliegen muss, damit man dieses feindliche Schiff sehen kann. Okay. Hier wollen die hinfliegen, mit dem Schiff. Das heißt, die müssen hier auf jeden Fall durchfliegen. Da werde ich das hier mal hier hinschicken. Und werde einen Jäger starten. Dann werde ich den mal hier hin positionieren. Also, die Asteroiden blockieren jeden Schuss. Fliege ich mit dem sogar noch noch eins zurück. Ich packe die alle hier hin. Das ist natürlich richtig, richtig riskant. Weil es, weil wenn er drauf geschossen wird, dann kriegen alle auf einmal einen Schuss ab. Sollte man eigentlich nicht machen. Ich mache es trotzdem, aber ich fühle mich ja einfach ziemlich sicher hier. Mitten an dieser Asteroidenfelder. Kann ich aber leider nicht mehr erkennen, wie ließ ich es hier so knubbeln. Zwei Schlachtkarten. Ich kann es nicht erkennen. Ich sehe es nicht. Der kann sich, glaube ich, einmal nach links drehen. Ja. War richtig. Und nochmal. Okay. Und der hier? Nach links drehen. Ja. So. Jetzt seht ihr wieder die Feindschiffe. Wer will mit dem Jäger hier hinfliegen? Erwischen wir den dann? Nee. Ich denke nicht. Ach, schaut mal. Hier ist ja einer. Und wir erwischen den von hinten. Den erwischen wir nicht, aber den erwischen wir voll. Von hinten. Prima. Wunderbar. So. Jetzt haben wir noch einen Jäger. Oh, doch mal gucken, ob wir nicht noch ein Feindschiff killen können. Da ist eins. Da ist eins. Nice shot. Jetzt will ich mich natürlich gerne wieder in Sicherheit bringen. Könnte schwierig werden. Ich fliege mal. Mal hier hin. So. Und er kann gleich noch einen Jäger starten. Oh. Jetzt habe ich eine gute Idee. Hier hin. Oh, das hat noch keine gute Idee. Weil der Jäger, der kann ja erstmal, der kann nicht. Ah, das ist ärgerlich. Eins nach hinten. Und einmal drehen. Hier hin. Und wieder starten. Hier hin. Impulsenergie. Nach rechts drehen. Der versucht. Was macht der? So. Der schießt auf einen Jäger. Das war nicht schlimm, dass er den Jäger abgeschossen hat. So geht es dann rein, aber. Jägerstaffel. Wie viel hat der hier? 80 Trefferpunkte. Okay. Den fliegen wir direkt an dessen Heck. 63 Trefferpunkte. Die Schilder sind ausgefallen. Schilde sind ausgefallen. Das heißt, er wird beim nächsten Mal noch mehr Schaden haben. Und dann haben wir hier noch die Jägerstaffel. Mit der fliegen wir hier hin. Wunderbar. Wunderbar. 6447 Punkte. Schwierigkeit 3. Sehr, sehr schön. Also Bedrohung neutralisiert. 400 Credits bekommen wir. Und plus 2 Einflusspunkte, weil wir die erste sind, die da dem Volk bei, auf diesem Planeten eine Mission erfolgreich durchgeführt haben. 50% aller Ressourcen bekommen wir ab sofort. Und bestens ist der Ansehen. Rating Bull ist auf Platz 2. Sehr, sehr schön. Ich wette, wenn wir, ich hatte ja noch zwei Schiffe, mit denen ich noch hätte ziehen können. Wenn ich damit noch dieses eine Schiff da ganz links oben vernichtet hätte, dann wäre ich vielleicht sogar noch eins weiter oben gewesen, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Das war doch schon mal sehr erfolgreich. Oh, Besatzung. Das ist nicht mehr sehr viel. Was ist denn hier? Die Flotte des obersten Reiches, also unserer Rivalen, besetzt diesen Planeten. Da sollten wir also logischerweise besser nicht angreifen jetzt. Also nicht hinfliegen. Dahin, nein. Sehr schwierig. Auf gar keinen Fall. Wir könnten nur versuchen. Ich mache folgendes. Ich fliege mal hier hin. Und ich hoffe, wir haben noch erhalten. Raum, Zeit, Anomalie erschafft ein Sprungtor. Ach, wir haben noch eine Schlachtkarte bekommen. Ich dachte, man bekommt immer nur eine Pro Dunkle Materie. Das ist ja sehr erfreulich. Wir haben noch einen grünen Punkt. Das war mein, ähm, das war das, was ich hier auch bewirken wollte. Weil jetzt können wir nämlich hier hinfliegen. Und wenn wir da überwintern, wenn wir da eine Runde aussetzen, dann bekommen wir dadurch ja automatisch den letzten Viertelkreis dazu, weil die Bevölkerung sich einfach so freut, dass wir da sind. So, wie können wir jetzt noch, äh, das heißt, der Planet wird auf jeden Fall beim, in der nächsten Runde uns gehören. Das heißt, wir können jetzt auch schon mal anfangen, den auszubauen. Wir haben jede Menge Metall. Wir haben jede Menge an Nahrung, um Städte zu bauen. Das heißt, mehr Energie bauen, unbedingt. Ein Kraftwerk hier bauen. Jetzt haben wir noch, dann können wir noch einmal Nahrung bauen. Also durch die Nahrung hier eine weitere Stadt. Erzeugen. Wob. Gibt es hier eigentlich, ach, hier gibt es noch gar keinen, das können wir noch nicht bauen, wir können auch keine Verteidigungsgebäude hier bauen. Das heißt, wir bauen hier erstmal nur eine Stadt. Kostet 1.000, ja. Nee, 2.000, nee, 1.000 kostet es. Und 1.500 haben wir nicht, wir haben nur 1.000. Ja, das ist das, was wir jetzt machen können. Eine Runde weiter. Admirals Lock. Das haben wir erreicht, beziehungsweise teilweise nicht erreicht. Ja, jetzt haben die Ursa 26 sich dazu geholt. Toll, super. Daoming Sushua ist da. Die Premierministerin der Galaktischen Union. Noch eine Konkurrentin, die wir kennengelernt haben. Ja, guten Tag. Ebenfalls, gerne. Korvette, angeschlagen, Angriffszerstörer. Sie haben, ja, zwei Planeten. Piscium und Octantes. Und hier hat sie drei Viertelkreise. Ja, alte Angeberin. Ich versuche mal, ich biete ihr ein paar freundliche Worte an. Ich versichere ihr, dass ich mir ganz, ganz sicher bin, dass diese Galaxie groß genug für uns beide ist. Sicher, jede Menge Platz. Wir ziehen es vor, in Frieden mit unseren Nachbarn zu leben. Ich muss mich nun mit unserer Freundin, Kavita Takua, von der zweiten Allianz treffen. So, plus eins Einfluss, wunderbar. Das heißt, sie treten jetzt unserer mächtigen Föderation bei. Das ist so ein hübscher Anblick. Der erste Planet, den wir dazu bekommen haben. Und hier links oben seht ihr die Prozentzahl, wie viel wir hier an Einfluss haben in der Welt. Und wir sind auf einem, wir liegen so in der Mitte. So, das ist Daoming Sushua, Octantes 31, direkt daneben Pisciumatzi. Und das ist der andere. Und hier hat sie jeweils zwei Drittelkreise. Das ist natürlich wirklich richtig gut. Aber wir sollten hier auch gleich noch einen dazu bekommen, denke ich mir, in Corona. Urzell hat sich mittlerweile hier, haben sich die Kollegen hier geschnappt. Ja, klasse. Hier können wir hinziehen gleich. Das hier ist immer noch eine, das hier ist mittlerweile eine sehr schwierige Mission. Das hier auch einer. Das Spiel macht es uns nicht einfach. Und hier könnten wir den Gegner ein bisschen ärgern, das ist aber eine schwierige Mission. Fliegen wir erstmal hier hin. Sind unsere Schiffe eigentlich fit? Ja, sie sind schon fit. 1900 Forschungspunkte. Ah, schade. Ich wollte mir den Ionenantrieb hier holen. Und dass wir noch ein bisschen fixer unterwegs sind, das geht noch nicht. Vielleicht kaufen wir uns da ja mal was dazu. Mal gucken. Credits haben wir 400. Ah, das mache ich in der nächsten Runde. 500 Wissenschaftspunkte bekommen wir dadurch. Das ist doch prima. Wenn wir die Mission hier erfolgreich beenden, dann haben wir das, was wir brauchen und können dann uns den besseren Antrieb besorgen. Die Mission, Einkommende Übertragung von Corona 87, ein Kolonieschiff, das vermutlich eine Elite-Staffel Weltraumflieger transportiert, nähert sich unserem wichtigen, entlegenen Außenposten. Wir haben gehört, dass eine feindliche Tarnstaffel dieses gefährliche Schiff eskortiert. Wir müssen verhindern, dass das Schiff den Außenposten erreicht. Also, wir müssen wiederum ein Kolonieschiff vernichten. Wie sieht es aus hier? Die Raumschiff-Schilde sind hier besonders mächtig. Die Feindschiffe sind, das ist das Kolonieschiff, das müssen wir vernichten. Und ansonsten sind hier drei Begleiter. In der zweiten Runde kommt ein weiterer Begleiter dazu. Alles Tarnschiffe. Erinnert sehr, sehr, sehr an die letzte Mission. Und sehr langsam unterwegs. Dieses Kolonieschiff, 38% Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Mission hier überleben. Wir sind nicht die Schnellsten. Wir haben jede Menge Energie, mit der wir das hier noch aufleveln können. Und da habe ich auch richtig, richtig Lust zu. Also, dann werden wir unsere Schilde verbessern. Unseren Antrieb verbessern. Und haben jetzt noch genug hier übrig. Wir sind nicht die stärksten Feuerer. Wir haben nicht so gute Waffen. Wir könnten uns hier auch noch den Luxus leisten, etwas zu investieren. Vielleicht auch in Jäger. Jäger würden 400 kosten. Dann hole ich mir lieber hier die, für den Fernkampf, die Laser dazu. Okay, 575 Energie haben wir in Reserve. Vier Bewegungspunkte. Sind jetzt, haben sehr viele Trefferpunkte. Zwei sehr mächtige Schiffe. Okay. Da ist ein Feindschiff. Eins ist da unten, von allen Ecken und Enden. Und das Kolonieschiff muss hier hinfliegen. Und hier war ein Feindschiff. Das kann aber auch nur einmal feuern. Die brauchen eine Weile, bis sie bei uns sind. Das heißt, wir können die durchaus hier erwarten. Hier hin, Jäger raus. Und hier hin mit dem Jäger. Und Runde beenden. Und mit dem hier. Machen wir auf das Kolonieschiff ein bisschen Druck von der anderen Seite. Da hat aber ein Feind aufgedeckt. Die werden uns jetzt sicher abschießen. Nee. Das waren die Module mit den Jägern. Die bringen wirklich mehr Trefferpunkte. Da taucht ein Schiff durch ein Sprungtor ganz woanders auf, nämlich da ganz oben. Das kann uns egal sein. Das ist der Jäger. Und? Das können wir nicht schon mal ganz dicht ranfliegen. Schießen wir auf beide gleichzeitig. Und? Wir haben nur das Schiff abgeschossen, das dieses Schiff hier begleitet. Nee, der hat noch 22 Trefferpunkte. Das war auch nicht allzu viel. Mit der Jägerstaffel hier hingeflogen. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Klasse. Tarnstaffel ausgetrickst durch den Einsatz von Jägern. Sehr schön. 3.696 Punkte. Corona. 87. Has joined our Federation. 500 Wissenschaftspunkte. Danke. Das ganze Volk unterstützt uns jetzt. Das heißt, dieser Planet tritt unserer mächtigen Föderation bei. Und bei dem Mission-Überraschungspaket sind wir jetzt wo? Auf Platz 2. Auf Platz 2 der Liste. Sehr, sehr schön. Schöner Anblick. Sehr, sehr schöner Anblick. Zwei Planeten dazubekommen. Schöner Start dieser Let's Play-Reihe. Jetzt haben wir schon drei Planeten mit dem Startplanet gleichzeitig. Und ich bin ganz guter Dinge. Froh Gemut. Wohlgelaunt. Dass wir dieses Let's Play auf einem ehrenwerten Platz beenden werden. Vielleicht sogar auf dem ersten. Und nicht auf dem letzten. Das wäre mein frommer Wunsch. Wie auch immer. Live long. At prosper. Stop.